jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash nach der kurzen aufnahmepause nach der kurzen nach dem test und ich ging mit einmal naja in der zeit habe ich oft wie das gemacht was ich gesagt habe den back abgetragen so wie du ja und dann noch das texture pack reingenommen warum vorne blendet gucken oder mache ich das noch fertig kurz ja und dann verschwinde ich gleich wieder in die hölle 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 meine musik war nicht drauf jetzt ist er weiter drauf ich hab das auch ausklären wieder nicht komisch warum die nur bei winem weggegangen ist die einstellung ja was will ich machen welche ecke habe ich doch schon ran hier habe ich doch schon so ran gemacht wo du jetzt noch weitermachen kannst das dach kannst du doch wieder so ran machen dann alles was nicht viel höher gemacht hinter die und da wo du die letzte stück dran gemacht ist vollkommen falsch habe ich nicht zugehört habe ich nicht mitbekommen da doch nicht da kommt doch die ecke noch ran ich meine das ding hier eigentlich da muss die noch ran ja aber wir gehen nicht schräg überhaupt Um, das ist 6. bau hier genug von so habe ich habe ich war da hatte du da was wieder umgestellt habe ich schon gemacht in der zeit wo ich hier rumgebuddelt habe weil ich das ausgeschaltet gehabt dass es noch wird aber wieder angemacht Näääaauw Du kann, um 같아요, wie kann ich nicht Ecli Das hat schon ganz schön lange gedauert, dass man abtragen. Als du weg bist, habe ich damit angefangen. Frisch nur, habe ich mir dann noch was zu essen gemacht, was schnell ist. Ich habe in den Balkons Videos geguckt. Das habe ich auch. Muss noch später angepasst werden, hier alles ein bisschen. Mit den Ecken. Muss hier noch dicht. Komm schon unter Wasserhöhle, die hier ist. Mach ich jetzt aber nicht. Hauptsache, das ist das mal gemacht. Tora. Mir riecht das gerade so grün wieder. Komm schon. Komm schon. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. ja ja da konnte man eh trotzdem was man nix machen gerade weil die kühle noch später kann man das noch ändern aber das war so eine treppe zum portal gemacht kann ja auch bald runter ob seine schräge noch bauen man will sie es hier komplett im glas rein machen ja welches glas das ist das was du oben auch dann hast das wird im stone frame ja das ist haben wir haben alle so ein frame drin aber ich jetzt hier habe ich jetzt habe ich jetzt das normale glas ganz ganz normal das ganz normale muss wissen weil da kann ich nämlich hier nicht so weit ziehen hier bis zur mitte kann die glaschen reinziehen damit die kür nicht abhauen können wie wirst du bitte dass die kür nicht abhauen können ich wollte ja damit die kür nicht auf die stufe gehen das wollte ich hier schon glas anziehen eben nur die erste reihe hier dann kann ich die kür rein lassen weil ich hier noch zaubermann wollte was so du wolltest du jetzt mit hinten oder ja da kann ich den berg nämlich abtragen warte mal ich hab da seid sollte ich auch fertig haben also mit ich von dem feld hier doch so ja ich weiß was du meinst ich muss aber erst mal beiseite hatte ich glaube ich da ja muss man an und weg auch gleich immer noch lernen also auch immer so geil wie schnell freundes werden besonders wenn du so viel abträgt okay wollen wir jetzt schlupfen die nase so ein kleiner kurser bist so das hat das gar nicht was halt besser aussehen ja ich weiß nicht hast du denn jetzt hast du denn jetzt hast du hier connected auch bei den normalen scheiben ja ja dann würde ich die nehmen weil bei den oberen hast ja diese komischen streifen drinnen ja kannst du auch mal gucken da habe ich das mit den streifen gemacht gehabt da bist du das connected und ich habe ein paar salb bekommen okay ja gut das fliegt komischerweise zeit immer wieder raus hier habe ich das mit streifen genommen gehabt aus dem grund weil man das auch so normal abbauen kann wieder was bei den streifen das hier weiß ich nicht jetzt hast du ja sehr viele streifen drin wenn das jetzt mit dem anderen normalen was dann hast du ja keinen streifen ist ja komplett alles warte mal ähm das nummer nummer 20 gewesen äh nummer 20 äh 20 ja siehste naja ich habe in dem text texturenpeg komischen kackframes dann ich bin jetzt komplett aus glasklar komplett als ob da nichts wäre ja ja alles klar ich weiß nicht an welchen texturenpeg das liegt deswegen ich habe meine texturenpeg gewechselt gehabt okay das lag an dem unter w w w